Ja moin Leute und bevor es mit jeder Waffe ja gleich startet, will ich ja mal kurz sagen, dass wir das jetzt so machen, dass ich immer live, falls ich nehme darauf auf, wenn ich das aufnehme, spiele das live und rede halt so ein bisschen, also ja, rede, aber ich lade nur das hoch, wo ich wirklich live den Swarm spiele. Und das Ganze hat dann einfach nur den Sinn, dass ihr nicht wirklich halbe Stunde bis Stunde Videos haben wollt, das wollt ihr nicht. Also teilweise brauche ich wirklich für eins Formen wirklich, also jetzt, wenn der LP7 hat 20 Minuten Herrschaft, da habe ich verkackt, weil das Team einfach kacke war, also da habe ich 20 Minuten Herrschaft gespielt und jetzt einmal eine Runde Team Deathmatch und die lade ich jetzt auch hoch, die seht ihr gleich. Und die 20 Minuten Herrschaft der Folge, wo ich es so verkackt habe, weil das Team kacke war und so, habe ich jetzt weggeschnitten. Das mache ich jetzt immer so, damit die Folgen nicht so lange werden, weil es irgendwie ein bisschen aufregt, weil es ist ja klar, eine halbe Stunde oder eine Stunde Videos ist extrem lang, also ich meine Meinung nach viel zu viel, außer für Specials, aber dauerhaft so zwei Folgen sind ein bisschen lang, finde ich. Deshalb mache ich das jetzt so und immer dann, deswegen ist das auch ein bisschen komisch für ein Thema immer, immer ein bisschen komisch, wenn ich da mittendrin anfange zu reden, aber es ist einfach so, es ist auch für meine Meinung nach viel besser. Das heißt, ja, jetzt geht es gleich einfach los und ich rede halt schon ein bisschen mehr, also ich habe schon die ganze Zeit geredet und deswegen ist das jetzt ein bisschen komisch an. Deshalb wünsche ich euch trotzdem viel Spaß und ich denke mal, es ist die beste Lösung und dann wünsche ich euch noch viel Spaß bei der Folge. Man sieht sich, tschüss. Außerdem ist der GameZone ein bisschen zu laut geraten, für mich gerade noch auf, wollte ich noch mal eine Nachricht hinein sagen. Das tut mir leid, nächste Folge ist das anders. Ich habe die GameZone letztes Mal ein bisschen höher gestellt für die Aufnahme und deshalb habe ich es vergessen wegzustellen. Deshalb ist der GameZone ein bisschen laut, man hört mich nicht immer genau. Es tut mir leid, auf jeden Fall. Trotzdem, viel Spaß mit dem Video. Wir versuchen was anderes, ehrlich jetzt. Das ist momentan das mit, das ist cooler. Herrschott ist noch im Arsch. Plada ist auch am Arsch. Oh Mann. Nee, geil. Komm. Das können wir schaffen. In der Schnitt da sind wir nicht. Was soll ich denn sagen? Hm? Was hat er gesagt? Hm. Oh Leute, was soll ich noch machen, ey? Herrschott ist einfach, ich mag Herrschott überhaupt nicht. Aber, das ist einfach, wenn man's, wenn man's, weiß ich nicht, wenn man ein Team hat, dann ist das einfach das Eifersste. Aber ich habe mir ein Team, ey? Juckelteam. Gut. Nochmal neu. Und vielleicht jetzt ein bisschen besser. Rein und raus. Ganz easy. Abschuss bestätigt. Oh, warum kommt der jetzt von da? Wir haben die Führung übernommen. Solche Bobs, ey. Wir verlieren diesen Kampf. Nochmal. Achtung. Feindliche Zone näher sich. Feindliche Zone näher sich. Wenn wir locken, das ist natürlich viel besser, was? So ein Fischchenkunde, so. Oh Gott. Nein. Da wacht. Ich muss mich mal ganz kurz konzentrieren. Wir können das schaffen. Aber was sind das denn für Spawns gerade? Ah, das passt ja schon Wasser. Sie kommen. Guck mal, dass ich die gekillt habe. Was? Der muss doch gestorben sein. Okay, machen wir jetzt kurz gucken. Da unten haben wir noch welche. Los da haben wir. Oh Mann. Oh Mann. So. Dann wollen wir mal kurz gucken. Was? So. Und der Swarm ist da. Maaann. Gut. Also, ich glaube meine These, dass Herrschaft kacke ist, unterstütze ich mit meinem Swarm jetzt. Erster Versuch, den Bestmatch. Hm? Was sagte ich? Zweite Folge, zweite Folge. Life, bitch. Also, dass ich jetzt ein paar Skills mit der Shikong gemacht habe, weil die MP7 leer ist. Das ist komplett ein Wort für so, oder? Sind die Opfer hier im Haus? Nein. Nein! Nein, nein. In der Seite. Die Zinsen. Die 1 3 4 4 6 5 4 5 3 4 4 5 5 6 7 6 Weil auf dieser Map ist der Loser wirklich schrecklich. Kann nix machen. Anscheinend doch. Das ist von uns. Rakete abgefeuert. Mehrere mobile Kontakte mit Waffen gesichtet. Feuer frei. Waffen sind das interessant. Oh ja. So, ich komme immer nach dem Stadion. Ja. So, das war es dann. Gut. Unsere Spuren wurden verwischt. Gute Arbeit. Kann man sagen, das reicht für die Folge. Dann. Äh, ja. Dann nächste Folge, welche Waffe wir da nehmen, weiß ich noch nicht. Mal gucken. Auf jeden Fall spielen wir das Team Deathmatch wieder. Das ist cooler. Und irgendwie auch besser dann. Effektiver. Gut. So haben wir MP7 abgehakt. Das heißt. Ja. Das heißt, dass ihr noch einen schönen Tag haben werdet. Und euch schon mal freuen dürftet auf die Saison mit jeweils Folge 3. Ja. Dann bis dann. Und tschüss. Bis dann. 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 Bis dann.